Teo-Ya-Yom-Ki 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 war ein Gott bei den Azteken. Teo-Ya-Yom-Ki wird insbesondere genannt der Gott der Totenkriege. Er steht in Verbindung mit der Mutter Cihua-Kuatl und sie ist die Gattin der Mutterlichkeit und der Fruchtbarkeit. In diesem Sinne ist Cihua-Kuatl ein Aspekt der Aspekt des Lebens, der Mutterschaft und der Fruchtbarkeit und Teo-Ya-Yom-Ki ist der Gegenpol, nämlich der Totengott.